In dem Moment, wo ich vor der Entscheidung stehe, mir jetzt zum Beispiel einen Porno anzuschauen versus das nicht zu tun oder das durch irgendeine positive Gewohnheit zu ersetzen, stehe ich gewissermaßen an einer Kreuzung in meinem Leben. Da geht ein Weg nach links und da geht ein Weg nach rechts. Hey Natural Biohacker, was geht bei dir? Und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewserie hier auf dem Natural Biohacking Podcast, die da heißt Be the Change. Und mein erster Interviewgast bei dieser Reihe ist Jürgen Zahl. Jürgen Zahl habe ich damals, ich glaube, auf der DNX kennengelernt vor ungefähr ein bisschen mehr als anderthalb Jahren und ja, habe super gern mit ihm gesprochen, so über seine Story und über die Sachen, die er macht. Auch das Kältetraining zum Beispiel hat uns verbunden, die Wim Hof Methode und auch, dass er ein veganer Biohacker ist, so wie ich auch. Und Jürgen zeigt Menschen, wie sie sich positive Gewohnheiten aufbauen und ist Mentor für Suchtbewältigung und hilft schon sehr vielen Menschen, so mit ihren Süchten klarzukommen. Und das wird auch heute das Thema sein, moderne Suchtbewältigung. Get high on your own supply. Herzlich willkommen, Jürgen Zahl. Hallo Robin, danke für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Ja, freut mich auch. Wir haben uns ja damals auf der DNX kennengelernt. Ich glaube sogar vor der DNX auf einem Pre-Event. Und dieses Jahr warst du auch wieder dabei und zwar beim Biohacking Pre-Event von Brain Effect. Und bist auch da in die Eistonne gestiegen. Wie bist du so zu dem ganzen Wim Hof Methode und dieser moderne Selbstoptimierung gekommen? Also begonnen hat meine Reise, wenn man es genau nimmt, mit dem Buch von Tim Ferris, der 4-Stunden-Körper. Aufgrund von dem Buch habe ich meine Ernährung umgestellt und das hat mir dabei geholfen, 32 Kilo abzunehmen. Wow. Also bei einer Körpergröße von 1,70 habe ich 102 Kilo gewogen, was dezent so viel ist. Jetzt bin ich bei 70 und fühle mich dementsprechend wesentlich wohler. Das heißt, der Beginn war quasi die Ernährungsumstellung. Und in dem Buch wird ja auch beschrieben, dass man mit Kalt duschen und mit Eisbädern quasi die Fettverbrennung weiter ankurbeln kann. Das war nach der Ernährungsumstellung für mich der Next Step. Und nachdem ich so ungefähr ein Jahr täglich kalt geduscht hatte, ist dann irgendwie der Wim Hof in mein Leben gekommen. Dann habe ich auch mit der Wim Hof Methode begonnen, mit der Atemtechnik und mit Eisbädern. Und das war dann quasi für mich das nächste Level des Biohackings. Ja, richtig krasser Film. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du mal so viel gewogen hast. Wenn ich dich das erst mal gesehen habe, bist du noch so ein strammer, sportlicher Typ eigentlich. Ja, so war ich nicht immer. Also für mich sah ich inzwischen schon gar nicht mehr vorstellbar, wie es sich überhaupt anfühlt mit 30 Kilo mehr. Wenn ich ab und zu zwei schwere Handeln in die Hand nehme und mir denke, dieses Gewicht habe ich mir wirklich täglich an meinem Körper herumgetragen. Ich weiß ja ganz genau, wie sehr mich diese körperliche Belastung, die ich quasi durch dieses zusätzliche Gewicht hatte, das war ja quasi nur eine Reflexion dessen, was ich an Belastung, an Schwere in mir drin hatte. Weil mein Leben zu dem Zeitpunkt, wo ich so übergewichtig war, es ging mir einfach nicht gut. Und das hat sich einfach dann nach außen hin an meinem Körper gezeigt, weil ich gewisse Gefühle und Dinge, die in meinem Leben einfach nicht optimal gelaufen sind, mit dieser Fresssucht, so nenne ich das jetzt, quasi runtergedrückt habe. Also wenn es mir nicht gut ging, dann habe ich gegessen. Und irgendwo muss das Gewicht daherkommen. Das heißt, ich habe mir eine gewisse mentale, emotionale Befriedigung durchs Essen geholt. Und in dem Moment, wo ich aber dann begonnen habe, quasi zu verstehen, wo jetzt wirklich die Probleme sind, warum es mir nicht gut geht in meinem Leben und ich dann die Ernährung umgestellt habe und begonnen habe abzunehmen, dann hat sich das irgendwie aufgelöst. Und ich habe gar nicht mehr das Bedürfnis gehabt, so viel zu essen und mich so schlecht zu ernähren. Das heißt, das setzt einfach ein gewisses Bewusstsein dafür voraus, was schiefläuft und was ich mit der Sucht eigentlich jetzt kompensiere im Endeffekt. Aber nimm uns doch mal mit so in die Zeit, wo du halt noch der übergewichtige Jürgen warst, wo du vielleicht nur die eine oder andere Sucht warst oder hattest. Wie sah dein Leben dort aus? Also da muss ich so weit zurückgehen, dass ich von Glaubenssätzen und Konditionierung, wenn zu sprechen anfange, ich bin aufgewachsen in einem totalen Mangelbewusstsein irgendwie. Ich habe irgendwie, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Beziehung, die ich damals gehabt habe, anspreche, war das eine Beziehung zu einer Frau, in die ich nie wirklich hundertprozentig verliebt war oder die ich nie richtig geliebt habe. Das heißt, ich habe eine Beziehung gehabt, die ich nur deswegen eingegangen bin, um überhaupt eine Beziehung zu haben. Ich habe damals gar nicht hinterfragt, geht es mir wirklich gut mit der Frau, sondern ich habe von der Gesellschaft, von meiner Umgebung irgendwie nur vorgelebt bekommen, um quasi ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft zu sein, um ein Mensch zu sein, der in Ordnung ist, unter Anführungszeichen muss man in einer Beziehung leben. Und mein einziges Ziel damals war, irgendwie einfach überhaupt eine Beziehung zu haben. Und damit habe ich mir gedacht, okay, abgehakt, ich habe eine Beziehung als in Ordnung. Das mir in dieser Beziehung aber gar nicht gut ging, weil ich mit dieser Frau eigentlich gar nicht zusammen sein wollte, habe ich erst Jahre später realisiert. Aber dieses negative Gefühl, in einer Beziehung zu sein, in der ich nicht wirklich liebe und in der ich umgekehrt ebenso wenig geliebt werde, hat dazu geführt, dass ich diese mangelnde Liebe und damit auch mangelnde Selbstliebe, die ich damals einfach gehabt habe, mit anderen Dingen kompensiert habe. Und das war Essen, es war Alkohol, das war Rauchen, das waren Pornos, das war you name it. Also ich habe nicht wirklich viel ausgelassen. Einfach nur um diese schlechten Gefühle, die ich gehabt habe und die man nicht bewusst anschauen wollte, runterzudrücken. Weil wenn ich gegessen habe, wenn ich Alkohol trunken habe, dann war ich in einem besseren Gefühl, da ging es mir besser. Währenddessen, im Nachhinein kam dann immer wieder so quasi das böse Erwachen, okay, das Saufen hat jetzt eigentlich nichts gebracht, am nächsten Tag ging es mir nur schlechter als vorher. Aber zu dem Zeitpunkt war ich nicht so weit zu erkennen, was eigentlich die wirkliche Ursache dafür ist. Wann hast du denn diese Erkenntnis gehabt? Oder hat sich das langsam angebahnt? Oder bist du einfach so an einem Tag aufgewacht und hast gedacht, so, jetzt möchte ich mein Leben ändern? Also es gab in der Beziehung ein paar Momente, wo ich kurz davor war, sie zu beenden, also aber irgendwie nicht durchziehen konnte. Und schlussendlich hat mich da ein gewisser Maßen eigentlich die Freundin aus der Beziehung befreit, weil sie auch gespürt hat, da stimmt einfach was nicht. Und sie hat die Beziehung beendet. Und zeitgleich ist dann auch mein Hund, den ich sehr geliebt habe, gestorben. Den habe ich einschläfern müssen, weil er einen Bandscheibenvorfall hatte. Plus ich bin dann aus der gemeinsamen Wohnung, habe damals mit der Freundin zusammengewohnt, ausgezogen und habe quasi drei Dinge, die mich mental sehr belastet haben, gleichzeitig erlebt. Jetzt im Nachhinein nenne ich es, ich habe ein dreifach Jackpot gemacht, weil so fühlt es sich jetzt an. Währenddessen war es wirklich furchtbar. Also mir ging es wirklich schlecht. Ich war ganz, ganz tief unten. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin der totale Versager. Ich habe keine Beziehung mehr. Ich habe kein Zuhause mehr. Mein Hund ist tot. Es hat sich angefühlt, als wäre mein Kind gestorben. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich dann abends im Bett lag und echt realisiert habe, okay, ich bin jetzt wirklich ganz unten. Ich habe mich nächtelang echt in den Schlaf geweint, weil es mir echt mies ging. und habe aber eben realisiert, ich bin ganz unten und von hier an kann es nur nach oben gehen, weil nach unten geht es nicht mehr. Ich habe wirklich Rockbottom momentan erreicht. Und in dieser schlechten Verfassung, in der ich da war, hat aber diese Erkenntnis mich quasi aufgeweckt und mir gleich wieder ein tolles Gefühl beschert. Mir ging es dann auch besser. Und ich habe einfach beginnen können, mir überleben, das irgendwie bei Null angekommen war, vor Grund auf wieder neu zu erschaffen. Und der erste Schritt war dann, weil ich gesehen habe, hey, mein Körper ist nach außen hin total unattraktiv. Das heißt, so wie ich mich momentan fühle und was ich nach außen rausstrahle, habe ich auch keine Chance darauf, die glückliche Beziehung zu finden, die ich mir eigentlich wünsche. und ich fühle mich irgendwie krank. Also ich habe mich ja wirklich schlecht gefühlt. Mein Körper war ja in einem schlechten Zustand aufgrund von der miesen Ernährung, aufgrund vom Alkoholmissbrauch und vom Rauchen. Das heißt, ich habe mich ja innerlich genauso gefühlt, wie ich nach außen hinaus geschaut habe. Das finde ich sehr, sehr spannend, auf jeden Fall so den Weg, den du da eingeschlagen bist. Auch wenn du jetzt gesagt hast, es geht nicht weiter runter. Also ich denke ja schon, dass viele Menschen gerade an dem Punkt vielleicht noch mehr abstürzen können. Und zwar sich wirklich, wie du sagst, Drogen auch flüchten, vielleicht noch mehr, vielleicht sogar Abhängigkeiten, die wirklich ernst sind, entwickeln. Warum, meinst du, ist es bei dir nicht passiert? Es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass ich den Rückhalt meiner Familie hatte. Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr großer Punkt. Wenn da wirklich absolut niemand ist im Leben, der einen unterstützt und der einem quasi eine Art Fangnetz gibt, wo es dann wirklich nicht tiefer runter geht, kann es natürlich passieren, dass man nur weiter runter stürzt. Also du hast vollkommen recht, es wäre in dieser Situation natürlich auch möglich gewesen, dass das noch schlimmer geworden wäre, also dass ich irgendwelche Herd an Drogen genommen hätte oder total, ja, mein Leben wirklich komplett am Sand gewesen wäre, wie wir so schön sagen. Es hat auf jeden Fall was damit zu tun, ob man Menschen hat im Leben, die für einen da sind, in solchen Situationen. Ja, ich denke auch, das ist sehr wichtig und das halt auch einfach gerade so was Drogen anbetrifft, das einfach als Phase auch zu sehen. Ich beobachte halt das bei vielen Menschen. Ich war ja selber auch in dieser Drogenphase, möchte ich es jetzt mal nennen, wo ich viel Party gemacht habe und wo ich viel Ecstasy und Koks und sowas konsumiert habe. Aber ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, das als Phase zu verstehen und vielleicht sogar schon in diesem Zeitpunkt auch als Phase zu verstehen und sagen, okay, das ist jetzt gerade so und ich genieße das vielleicht auch ein Stück weit, aber ich weiß, dass irgendwann komme ich aus dieser Phase raus und dann nehme ich mein Leben so, wie es jetzt kommt und nehme das auch selber in die Hand, übernehme Verantwortung und so weiter. Ich beobachte jedoch bei... Entschuldigung. Ist auch voll meine Erfahrung. Also zu dem Zeitpunkt, den ich da jetzt beschrieben habe, Beziehungsende, Tod meines Hundes, Verlust der Wohnung, habe ich mir einen gewissen Zeitraum dann gesetzt, wo ich gesagt habe, ich lasse mich jetzt voll reinfallen in meine Süchte, weil momentan brauche ich das. Das ist das Einzige, was mir gewissermaßen Halt gibt und was mir ein gutes Gefühl beschert, habe dem Ganzen aber ein Enddatum gesetzt und habe dieses Enddatum auf den 1.1. gelegt und habe gesagt, ab 1.1. ist alles anders. Allerdings nicht im Sinne von einem Neujahrsvorsatz, den man dann innerhalb von zwei, drei Wochen wieder vergisst, sondern ich habe dann ein konkretes Ziel gesetzt, also ein konkretes Datum plus wie viel Gewichtsabnahme ich bis zu diesem Zeitpunkt schaffen möchte und mit Zwischensteps. Das heißt, einen konkreten Plan gemacht, Beginndatum, Enddatum und was muss bis 1. Monat, 2. Monat, 3. Monat, bis Ende des Jahres erreicht sein. Und so kann es meiner Meinung nach auch funktionieren, so Neujahrsvorsätze, wenn ich jetzt sage, ich höre für immer auf zu rauchen oder ich höre für immer auf, Alkohol zu trinken, das kann nicht funktionieren. Das ist für immer, das überfordert uns. Meine Erfahrung ist, einfach eine gewisse Zeitspanne zu setzen und in weiterer Folge habe ich das dann mit sogenannten 30-Tage-Challenges gemacht. Das heißt, wenn ich irgendeine Veränderung in meinem Leben herbeiführen will, dann lege ich mal fest, ich mache das jetzt für 30 Tage und nach den 30 Tagen schaue ich mir dann an, hat das jetzt einen positiven Effekt gehabt auf mein Leben? Will ich dieses neue Verhalten auf diese Art und Weise weiter fortführen oder hat es mir eigentlich nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Dann kann ich es wieder bleiben lassen. Aber einfach nur dieses Enddatum zu setzen, zu sagen, ich mache das jetzt nur für einen bestimmten Zeitraum, befreit mich insofern, dass ich nicht diesen Druck habe, jetzt irgendwas für immer zu verändern. Weil das überfordert uns Menschen oft maßlos. Das finde ich auch supergeil auf jeden Fall, dass du dir da so ein smartes Ziel hergesetzt hast. Ich weiß nicht, also es klingt für mich auch nach diesem Smart-Konzept. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und es sind ja so diese Ziele, die man sich, also es ist ein Akronym für die Zuhörer, die das nicht kennen. Also da bedeutet das S, bedeutet spezifisch, also Ziele müssen einfach und verständlich sein. Dann das M bedeutet messbar. Also du hast ja dann auch gesagt, du willst so und so viel Kilo abnehmen und bis zu dem und dem Zeitpunkt. Das A ist attraktiv, also das muss halt auch wirklich erstrebenswert sein, das Ziel. Das R realistisch, es muss erreichbar sein, sachlich erreichbar sein, bedeutsam sein. Und T ist terminiert. Und das ist das, was du auch gemacht hast, dass du gesagt hast, ab dem und dem Zeitpunkt wird alles anders. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, falls du solche Zielsetzungsstrategien halt dort angewandt hast, bist du da selbst drauf gekommen? War das mehr so intuitiv? Oder hast du das irgendwo gelesen? Oder irgendwo gehört? Hattest du da vielleicht auch einen Mentor? Das würde mich interessieren. Also wie gesagt, eine meiner Bibeln zu nennen, das ist auf jeden Fall der Vier-Stunden-Körper von Tim Ferriss beziehungsweise grundsätzlich Bücher von Tim Ferriss und Ähnlichen. Also meine Bibliothek ist da inzwischen relativ groß. Das heißt, ich habe das definitiv irgendwo mal gelesen gehabt. Ich kann da jetzt ehrlich gesagt nicht genau sagen, wo. Aber es hat sich in dem Moment für mich total stimmig angefühlt. Weil ich habe ihm gesagt, mit 1.1. beginne ich damit, die Ernährung umzustellen. Und habe überlegt, okay, wie viel Übergewicht habe ich im Endeffekt und soll weg. Und dann habe ich definiert, bis 31.12. des Jahres will ich 24 Kilo abgenommen haben. Das heißt, pro Monat 2 Kilo. Was jetzt nicht so viel ist. Und damit dann total realistisch, laut der Smart-Formel. Und das Spannende an der Geschichte ist, ich habe mir zwölf Monate dafür gesetzt. Das hat mir einen gewissen Druck genommen, weil ich gewusst habe, zwei Kilo pro Monat ist relativ easy machbar. Und schlussendlich habe ich es dann sogar innerhalb von zehn Monaten geschafft gehabt. Also die 24 Kilo habe ich dann im Oktober abgenommen gehabt. Habe aber nicht irgendwie übertrieben jetzt Maß gehalten oder wie immer, sondern mir einfach nur ganz genau an meinen Plan gehalten, den ich Anfang des Jahres gemacht hatte. Und war damit schneller am Ziel, als ich es eigentlich geplant hatte. Einfach nur, weil ich konsequent dranbleiben bin. Ja, richtig krass. Also ich finde, ich finde das ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch, weil, wie du schon gesagt hast, so Neujahrsvorsätze funktionieren nicht. Und das ist halt das, was die meisten Menschen, würde ich sagen, falsch machen, weil sie sich einfach keine smarten Ziele setzen, sondern einfach so, ja, ich gucke da mal, wie es aussieht. Ab 1.1. habe ich vor oder ich versuche und so. Diese typischen Floskeln halt. Und dann funktioniert das irgendwie zwei, drei Wochen. Ja, und dann fällt man wieder zurück in die Sucht oder in die schlechten Angewohnheiten und hat eigentlich nur Energie und Zeit verschwendet. Ja, anstatt man halt wirklich sich hinsetzt und vielleicht es auch aufschreibt. Ich bin ja auch ein großer Fan vom Journaling und habe da auch ganz viele Tools, die ich in meinem Leben nutze, auch zum Reflektieren und natürlich auch in die Zukunft Ziele zu setzen. Und ich glaube, wenn man das effektiv macht und dann auch konsequent dranbleibt, so wie du es gemacht hast, dann ist es, glaube ich, wirklich jede Sucht loslassen zu können und durch eine positive Angewohnheit zu ersetzen. Absolut. Und das Visualisieren beziehungsweise Niederschreiben, wie du es beschreibst, das macht ganz gewaltig viel Sinn. Ich habe es bei der Gewichtsabnahme auch so gemacht, dass ich wirklich eine Statistik geführt habe und daraus quasi ein Diagramm erstellt habe und gesehen habe, wirklich in einer Grafik, dass es wie mein Gewicht fällt. Also ich habe es nicht nur an meinem Körper gefühlt und im Spiegel gesehen, sondern habe es dann am Computerbildschirm in einer Grafik auch noch schwarzer Verweis vor mir gehabt, dass ich wirklich tatsächlich abnehme und zwar konsequent. Wow. Und das hat mich natürlich auch noch zusätzlich motiviert. Okay. Was würdest du jetzt Menschen empfehlen, die vielleicht jetzt mit so einer Sucht zu tun haben? Nehmen wir mal jetzt, ich glaube, die krassesten Süchte, die es zurzeit gibt, sind entweder Drogen, Alkohol. Ja, also Alkohol ist nämlich alles unter Drogen. Und auf der anderen Seite hast du vorhin kurz auch erwähnt, die Pornosucht. Und das ist so ein bisschen eine Sucht, glaube ich, die nicht viele, ja, von der man nicht viel hört, ja, weil es natürlich ein riesengroßes Business da drum ist und natürlich auch ein peinlicher Berührungspunkt für viele so. Du bist da ganz offen jetzt damit umgegangen und deswegen würde ich, wenn es okay ist für dich, da gerne auch mal so die Sucht ein bisschen näher beleuchten. Was könntest du den Menschen empfehlen, die, ja, keine Ahnung, so regelmäßig Pornos schauen und, ja, sich selbst befriedigen quasi und andere Menschen dazu benutzen? Was würdest du denen empfehlen, wie die da Herr werden können? Also mein erster Überlegungsansatz, bei egal welcher Sucht, ist immer, mir klar zu werden, was dieses Verhalten mit mir und meinem Leben macht und in welche Richtung ich mich da bewege, weil in dem Moment, wo ich vor der Entscheidung stehe, mir jetzt zum Beispiel einen Porno anzuschauen versus das nicht zu tun oder das durch irgendeine positive Gewohnheit zu ersetzen, stehe ich gewissermaßen an einer Kreuzung in meinem Leben. Da geht der Weg nach links und da geht der Weg nach rechts. Und dann bin ich als Mensch schon in der Lage, mir vorzustellen, wie geht mein Leben weiter, wenn ich den linken Weg wähle, jetzt also mit zum Beispiel vorhin die Pornosucht reinlasse. Was hat das für Auswirkungen auf mich, auf mein Verhalten gegenüber anderen, auf mein Verhalten gegenüber Frauen, wenn ich jetzt von mir ausgehe? Welche Denkweise übernehme ich da vielleicht? Welches Verhalten in meiner Sexualität übernehme ich aus dem, was ich da mir anschaue? Und ist das wirklich das Verhalten, das ich selbst leben möchte? Oder wie hätte ich denn gerne, dass meine Sexualität ist oder mein Leben in dem Zusammenhang? Wie will ich Liebe leben? Zeigt mir ein Porno, wie Liebe wirklich funktioniert und wie Liebe wirklich ist oder wie ich Liebe leben möchte? und dann kann ich entscheiden, gehe ich jetzt in die Richtung weiter, weil mir die Antwort kann ja ja sein. Das ist ja vollkommen in Ordnung, wir haben ja die freie Entscheidung. Wenn ich so leben will, okay, das kann ja jeder selbst für sich wählen. Oder will ich in die andere Richtung gehen? Und jetzt das Sexualität leben, das ist jetzt in meinem Fall zum Beispiel so, die Art und Weise, wie ich mein Sexleben lebe, ist nicht wirklich das, was uns in Pornos vorgegaukelt wird, wie Sexualität sein soll. Für mich ist Liebe da extrem wichtig, Verbundenheit mit der Partnerin und einfach eine tiefe, innige Zuneigung, einfach etwas, das im Pornos ja quasi überhaupt nicht vorkommt. Da geht es ja wirklich nur im Großteil der Fälle um harte Penetration und dann darum, dass man sieht, wie der Hauptdarsteller abspritzt und eigentlich die Frau erniedrigt wird. Und in einer liebevollen Beziehung läuft das ja ganz anders. Da sind es zwar Partner, die auf Augenhöhe und gemeinsam ihre Liebe zelebrieren. Das heißt, das ist einfach eine freie Entscheidung, die ich da habe. Wie möchte ich denn, dass mein Leben ist? Und das ist bei jeder Sucht das Gleiche, als zum Beispiel beim Essen. kann ich bei jedem Bissen entscheiden, was macht er mit mir? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tafel Schokolade esse, hat der Nutzen, den ich jetzt für zwei Minuten habe, macht das wirklich Sinn? Was machen die Kalorien mit mir? Langfristig gesehen, wenn ich mich weiter so verhalte, versus wenn ich die Tafel Schokolade jetzt zum Beispiel durch ein Stück Apfel ersetze und quasi an dieser Kreuzung in die andere Richtung gehe. Wie wird mein Leben in einem Monat, in fünf Monaten, in einem Jahr sein? Wenn ich jetzt eine andere Entscheidung treffe und quasi dieses Gewohnheitsmuster, das ich bisher gezeigt habe, durchbreche und einfach in eine neue Richtung gehe. Also vielleicht jetzt nochmal für den Zuhörer schnell zusammengefasst. Also ich glaube, der erste Schritt ist erstmal zu erkennen, dass da ein Suchtpotenzial ist. Ja, und dann als nächstes nimmst du glaube ich auch so eine Technik von Tim Ferriss. Also ich kenne die auch. Das ist Fear Setting. Ja, also so ein bisschen das Gegenteil von Ziele setzen, sondern die Ängste setzen. Und hier ist halt wirklich speziell halt dort rein, was passiert, wenn ich so weitermache wie bisher? Ja, wer bin ich dann in dem und dem Zeitraum? Wer bin ich, wenn ich so weitermache in einem Jahr? Was habe ich für eine Auswirkung auf mich selbst und auf meine Mitmenschen? Und das finde ich, ist ein richtig, richtig gutes Tool, um einfach mal zu merken, hey, ich kann so nicht weitermachen. Ja, und vielleicht können wir jetzt noch kurz eingehen, so wie du dann konkret jetzt so Step-for-Step vorgehen würdest bei einer Sucht um, ja, nehmen wir mal an jetzt, wir können ja mal simulieren. Also es ist jetzt, keine Ahnung, du bist allein zu Hause und irgendwie hast du jetzt Bock auf ein Porno und so. Und du merkst, du weißt aber ganz genau, ja, eigentlich passt das nicht so zu meiner Sexualität und zu dem, was ich, ja, wie ich Liebe halt empfinden möchte. Was machst du jetzt, wenn dieser Urge hochkommt bei dir? Jetzt ein Porno zum Beispiel zu schauen. Ich überlege mir mal, wo das herkommt. Also gehe quasi in das Gefühl rein, den sie damit jetzt befriedigen will. Das heißt, also dieser Urge kommt dann nur hoch, weil gerade irgendwas zum Beispiel, wenn es mir nicht gut geht. Also diesen Urge, Pornos zu schauen, den habe ich ja auch nach wie vor. Da gibt es irgendeinen Triggerpunkt, der quasi das jetzt ausgelöst hat. Und den mache ich mir einfach bewusst. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel mit einem Kunden jetzt irgendein Telefonat geführt, das mich irgendwie runtergezogen hat, quasi meine Energie irgendwie gesenkt hat. und die will mir irgendeinen Kick holen unter Anführungszeichen, um meine Stimmung wieder aufzubauen. Und es ist halt so, Pornos geben uns einen Dopaminkick, weil einfach bestimmte Hirnregionen angesprochen werden, die genau dieses Glückshormon ausschütten. Und dann überlegen wir halt, welche anderen Möglichkeiten habe ich jetzt, um mir das gleiche Gefühl zu geben. Und wir sind jetzt beim Porno, das funktioniert aber bei jeder anderen Sucht genauso, weil jede Sucht gibt mir irgendeine Form von Kick, irgendeine Form von Glücksgefühl für einen kurzen Moment. Aber ich kann genauso gut irgendwas anders machen. Wie zum Beispiel, statt dass ich jetzt auf irgendeine Porno-Seite gehe, kann ich zum Beispiel 20 Liegestütz machen oder 10 oder nur einen Liegestütz. Einfach irgendeine Aktivität, jetzt zum Beispiel eine körperliche Aktivität in dem Fall, um mich mental von dem wieder wegzubringen. Und ich mache aber gleichzeitig etwas, das mir mental und körperlich gut tut. Oder ich kann irgendwas anders machen, wie zum Beispiel jetzt zum Beispiel eine Tasse Kakao machen. Kakao gibt mir auch einen Glücksgefühl-Kick. Ja. Das finde ich cool. Ich denke auch, man kann sich auch zum Beispiel mit dieser Emotion halt beschäftigen, ja, das ist ja auch so dieses sexuelle Feuer, was so in einem entsteht und kann dann das versuchen zum Beispiel zu kanalisieren. So mache ich das ab und zu. Also meditiere ich dann zum Beispiel und versuche halt mit dieser Energie halt einfach zu arbeiten, aber die in eine andere Intention halt zu setzen. Zum Beispiel für einen Business-Task oder für meine Beziehung vielleicht auch ein Ziel mit meiner Beziehung. Das finde ich halt auch sehr gut. Wichtig ist halt einfach, das so ein bisschen zu kanalisieren und vor allem proaktiv damit zu arbeiten. Und das ist mir nämlich vorhin auch noch eingefallen. Okay, du sagst jetzt vielleicht ein Telefonat kann sowas auslösen und wo du dir einfach so den Kick holen möchtest. Aber ich denke, was auch ein ganz großer Auslöser ist, ist einfach so die Umgebung und die Gesellschaft. Und gerade so beim Thema Sex ist ja Sexismus ist ja ein großes Thema. Ich meine, wir fahren allein durch die Stadt hier in Zürich. Es ist so, dann sind dann riesige Reklamen von irgendwelchen Models in Unterwäsche und so weiter. Was auch vollkommen okay ist. Aber ich kann auch mir vorstellen, wenn du schwach bist, dass das unterbewusst vielleicht diese Sucht triggern kann. Und wenn du weißt, wo das herkommt, dann ist halt, wie gesagt, schon wieder dieser erste Schritt und dann gehst du in das Vier-Setting rein. Und was du jetzt noch gesagt hast, holst dir dann halt diesen Dopamin-Kick woanders, wie zum Beispiel durch Kakao. Und das finde ich halt mega spannend, weil Wim Hof zum Beispiel sagt ja auch get high of your own supply und vielleicht können wir jetzt da zum Schluss vom Interview noch ein bisschen reinspringen. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, so diese Neurotransmitter, die eigentlich die Süchte auslösen, zu triggern auf natürliche Art und Weise? Also was für mich auf jeden Fall ein riesen Game- und Life-Changer war, war definitiv der Beginn mit dem Kalt duschen. Also der Moment, wo ich quasi die warme Dusche dauerhaft durch kalte Dusche ersetzt habe, das ist für mich einer der wichtigsten Tage und Momente meines Lebens. Ich möchte wirklich nie wieder auf die kalte Dusche verzichten, weil das einfach so viel mit mir gemacht hat. Wenn ich unter der kalten Dusche stehe, da kommen so viele Glückshormone und tolle Empfindungen und Bilder in mir hoch und das ist für mich die tollste Art und Weise zu meditieren, weil ich unter der kalten Dusche einfach wirklich nur in der Kälte bin, beziehungsweise wie du es ja sicher aus eigener Erfahrung auch kennst, nach kürzester Zeit fühlt sich die kalte Dusche ja nicht mehr kalt an. Also mir ist dann zwar bewusst, dass ich unter kaltem Wasser stehe, aber manchmal fühlt es sich wirklich an, als wird plötzlich das warme Wasser aufgedreht und ich stehe dann einfach nur drunter und fühle mich ganz wohlig und entspannt und es ist einfach ein herrliches Gefühl und gibt mir einfach ein Gefühl der Lebendigkeit, die mir keine Sucht geben kann. Also egal, welche Dinge ich in der Vergangenheit so gemacht habe, um meinen Geist oder meinen Körper auf irgendeine Art und Weise zu peinigen in Wahrheit, um mir irgendwelche Gefühle zu geben, das kommt alles nicht einmal nahe dran an Dinge, mit denen ich meine Komfortzone ausdehne, wie zum Beispiel das Kaltduschen oder Eisbäder und selbst jemand, der jetzt sagt, okay, Kaltduschen ist jetzt nicht wirklich meines, kann zumindest mit der Atemtechnik von Wim Hof beginnen, weil das ja auch genau das Gleiche tut, nämlich Glückshormone auszuschütten. Und das ist für mich auch so ein super Tool gewesen, die Breathwork Ob es jetzt Wim Hof ist oder Holotropes Atmen oder Verbundene Atem, gibt es ja ganz viele verschiedene Breathwork-Stile und ja, ich habe wirklich so nach diesen intensiven Breathwork-Sessions genau dieselben Emotionen gespürt, genau dieselben Glücksgefühle gehabt, wie ich damals gehabt habe, wenn ich eine Ecstasy-Pillar geschmissen habe oder so. Und wie gesagt, wenn ich unter der kalten Dusche bin oder im Eisbad, da bin ich danach genauso voll fokussiert und voller Energie wie damals, wo ich eine Line Cokes gezogen habe oder irgendwie ein paar Zigaretten geraucht habe. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass diese Zustände, die können wir auch triggern mit dem, was wir eigentlich natürlich haben. Ob es jetzt die Atmung ist, ob es jetzt Kältetraining ist, ob es auch zum Beispiel eine bewusste Sexualität ist, ja, oder ganz viel Ernährung auch ganz wichtig, bestimmte Tees und so weiter. Und das finde ich halt wichtig, dass die Leute das wissen und du zeigst ihnen das ja auch, weil du bist ja auch der Mentor quasi für die Suchtbewältigung. Wie arbeitest du da mit den Menschen eigentlich? Also das Wichtigste ist auf jeden Fall mehr Gespräche zu führen, um rauszufinden, einerseits, was sind die Süchte und was steckt dahinter? Dadurch, dass ich das bei mir selbst in vielen Bereichen verstanden habe, es ist total spannend, wenn ich mit Menschen spreche, die gerade irgendein Suchtthema haben, dass ich mich selbst einfach so sehr wiederfinde und denen quasi dann sagen kann, bei mir war es so und so und ich habe mein Leben dann in den Griff bekommen, indem ich auf die Art und Weise jetzt darauf reagiert habe und mein Verhalten so und so verändert habe. Also ich habe Freunden von mir beispielsweise auch schon dabei geholfen, ihre Alkoholsucht in den Griff zu bekommen, einfach nur dadurch, dass ich es einerseits vorlebe und ihnen erzähle, wie ich das selbst für mich in den Griff bekommen habe. Und das ist für mich einfach Mentoring, das Vorleben davon, wie hat es bei mir funktioniert. Und damit ist man einfach ein Vorbild und kann anderen zeigen, es ist möglich, man hat einfach die volle Gewalt darüber, was man tut im Leben und wie es einem geht. Und da möchte ich auch noch einhaken jetzt zu der Atemtechnik, wie du gesagt hast, der Unterschied zu, wenn ich jetzt irgendwelche chemischen Drogen nehme, wie Ecstasy, Kokain, was auch immer, das ja quasi etwas Bestimmtes in mir triggert und mir dann Gefühle gibt. Bei der Atemtechnik, und die Atemtechnik ist für mich einfach eine Form der Meditation, kann ich ja selbst bis zu einem gewissen Grad steuern, wie ich mich fühlen möchte, indem ich während ich die Atemtechnik mache, mir quasi darauf konzentriere, wie möchte ich mich fühlen, wie ich mich jetzt enthusiastisch ausgelassen fühle, wie ich entspannt sein, wie nach der Atemtechnik, will ich es als Einschlaftool nutzen oder will ich es als Tool nutzen, um morgens in die Gänge zu kommen, statt Kaffee zu trinken, eine runde Atemsession zu machen, um quasi Energie zu channeln und einfach voller Energie in den Tag zu starten. Das heißt, es ist nicht nur das, was ich mit dem Körper mache, sondern es ist auch der geistige, mentale Fokus, den ich darauf setze, was ich wirklich will. Da geht es um visuelle Bilder, um die Zukunft, die ich mir zuerst in meinem Geist erschaffe und dann physische Realität werden lasse. Und das ist auch genau das, was du jetzt als Vier-Setting bezeichnet hast. Das heißt, ich kann ja in jede x-beliebige Richtung visualisieren, wie geht es weiter in die Richtung, wie geht es weiter in die andere Richtung und dann folgt einfach das Verhalten dementsprechend, um die Zukunft, um die Realität in meinem Leben zu ziehen, die ich haben möchte. Und die Entscheidung natürlich auch für den einen oder den anderen Weg, wie du vorhin auch schon machen kannst. Richtig, vollkommen richtig, ja. Und die Wim Hof Atemtechnik ist bei mir ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, im Endeffekt, jeder Mensch, der zu mir kommt, um Süchte zu bewältigen, dem wird von mir auf jeden Fall die Wim Hof Methode ans Herz gelegt, weil das bei mir so einen großen Unterschied gemacht hat. Also ich mache regelmäßig Atem-Sessions und merke einfach, wie sehr das auch das Leben anderer Menschen bereichert. Also für mich ist Wim Hof Practitioner und soon-to-be Wim Hof Instructor gibt es einfach so viel, mich begeistert, das so immens im Leben anderer Menschen einen Unterschied zu machen, so mit Tools, die in meinem Leben so einen großen Unterschied gemacht haben. Ja, sehr, sehr spannender Weg und es gibt natürlich auch sehr viele Parallelen zu mir. Also ich beschäftige mich auch sehr viel mit der Wim Hof Atmung, überlege jetzt auch da nochmal die eine oder andere Reise, vielleicht sogar den Instructor, mal schauen, wie das reinpasst, weil ich auch einfach genau wie du merke, ich wende das ja auch in meinen Coachings an, ich wende das ja auch zum Beispiel auf den Workations, die wir machen, an mit den Teilnehmern. Ich weiß, ich finde das so toll, einfach so am Anfang sind wir irgendwie so drei, vier Leute, die dort in den Nordsee gehen auf der Hallig, ja, bei sieben Grad oder zehn Grad maximal und am Ende sind wir dann einfach so doppelt so viele und machen die Atmung und gehen dann in die Kälte und die Leute, die haben so, die sind so erfüllt von Freude, kann man quasi sagen, weil sie auch merken, so diese Breakthrough-Momente haben. So unser Geist denkt sich was und wir denken was ganz anderes und machen das auch ganz anders und gehen dann quasi dadurch in unsere Angst rein und das ist halt das Schöne und da kann man halt mit Kälte wunderbar trainieren, schon im Kleinen halt, einfach am Morgen die Dusche mal auf kalt drehen und einfach mal so 30 Sekunden bis 60 Sekunden kalt duschen und dann einfach auch aufhören und nicht wieder warm duschen. Das kann schon so viel mit einem machen. Ja, richtig. Jürgen, ich danke dir auf jeden Fall für die ganz vielen tollen Einsichten hier, die du mit uns geteilt hast hier vom Natural Biohacking Tribe. Sehr gern, Robin. Freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ich meine, in so kurzer Zeit kann man natürlich immer nur, also so sehe ich das ein bisschen an der Oberfläche kratzen, das ist ja ein immens großes Thema, wo man sich stundenlang drüber unterhalten könnte, aber ja, danke für die Gelegenheit, da ein bisschen einen Einblick zu geben in das, was ich in meinem Leben schon erreicht habe und was ich weitergeben möchte. Wo können denn die Leute mehr von dir erfahren? Also momentan hauptsächlich auf meinem Instagram-Account. Meine Website zu dem Thema, die ist gerade im Aufbau, die kommt gegen Ende dieses Jahres, aber momentan hauptsächlich auf Instagram. Also gut, also lieber Zuhörer, wenn du jetzt da auch ein bisschen angefixt bist und ein bisschen mehr von Jürgen erfahren willst, dann verlinke ich natürlich den Instagram-Channel in den Shownotes und dann kannst du ihm auch gerne deine Fragen schreiben beziehungsweise einfach in den Kommentaren dann unter dem IGTV von dieser Folge. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Jürgen, und im Sinne von Be the change you want to see in the world kannst du nochmal dein Zitat oder deine Lebensweisheit an die Zuhörer hier raus rauen zum Schluss. Danke dir, Robin, fürs dabei sein und ja, die größte Erkenntnis für mich war einfach, dass Komfortzonen sind einfach dazu da, gesprengt zu werden und ausgedehnt zu werden, denn wirklich hinter der Komfortzone, wenn man durch die Angst durchgeht, da wartet das richtige Leben ein Leben voll Glück und Lebensfreude, wo Süchte überhaupt keine Chance mehr haben, weil man sie dann einfach durch positive Gewohnheiten ersetzt. 100% sage ich da. Also, ich danke dir und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Jürgen. Bis bald. Vielen Dank, Robin, dir auch. Ciao, ciao. Ciao. Get high on your own supply, das ist die Devise von Jürgen Zahl, richtig, richtig cooler Typ und das war natürlich auch ein sehr geiles Interview von diesen smarten Zielsetzungsstrategien bis hin zu, wie du auch Herr deiner Sucht wirst, wie du sie erstmal erkennst und dann durch Techniken wie zum Beispiel Fiat Setting und Goal Setting dich entscheidest für ein bewussteres Leben, für einen bewussteren Umgang mit diesen Süchten und dir natürlich auch diese Neurotransmitter, die da ja ausgeschüttet werden, extern, auch in dir drin kreieren kannst, wie zum Beispiel durch die Wim Hof Methode oder gewisse Atemtechniken oder die Ernährung. Richtig spannend. Wenn du da auf jeden Fall noch mehr erfahren willst, dann empfehle ich dir natürlich den Instagram-Kanal von Jürgen, schreib ihn einfach mal an und bin mir sicher, dass er dir Rede und Antwort stehen wird und sonst gibt es natürlich auch noch sehr viel Informationen zum Thema Gewohnheiten, wie du deine Gewohnheiten änderst, aber auch zum Beispiel solche Techniken wie die Wim Hof Methode oder Pflanzenmedizin oder andere Methoden, um diese Neurotransmitter zu triggern, gibt es natürlich auch in meinem Buch, der Biohacking Performance Guide für mehr Fokus, Energie und Achtsamkeit. Den Link zu diesem Buch findest du natürlich auch in den Shownotes, gibt es sowohl als Audiobuch oder als E-Book oder als E-Book und Taschenbuch und das ist einfach nochmal so eine Anleitung hin zu einem bewussten Leben mit allen Techniken und Methoden, die ich selber an mir getestet habe und die dazugehören. Also ich wünsche dir jetzt erstmal eine richtig schöne Woche. Stop acting small, dein Natural Biohacker. Oh, oh 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 Vielen Dank.